Können wir. Gott dammit! Was hast du mich da jetzt schon reingeschickt? Ah ja. Jungs. Unterstützung. Mal schauen, wer die reagieren, wenn ich da rein stimme mit dem Fich. Hey, was wird denn das, wenn's fertig ist? Äh, kurze Frage. Wart ihr die letzten Wochen mal im Vor der Berserker? Was? Du willst wissen, ob wir zu dem zurückgelassenen Pakt da in Tavaga hören? Wie kommst du denn auf so ein schmales Brett, Freundchen? Wir sind Outlaws aus dem Krater. Der Kerl hier neben mir behauptet, ihr hättet seinen Kumpel verprügelt. Was denn? Fawkes? Ja, den Kerl kennen wir. Aber es war nicht sein Kumpel. Das war er selbst, Freundchen. Ach was. Ja, der Hurensohn hat versucht, unsere Taschen zu leeren. Und als ich ihn dabei erwischt habe, wollte er noch abhauen. Wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Das weiß ich auch nicht. Aber was ich... Scheiße. Das... Was? Vielen Dank. cymine.